Moin Freunde, herzlich willkommen wieder zu meinem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werde ich auf jeden Fall gerne meine Zuschauer ein 1 gegen 1 im Blockdash-Modus machen. Und das Ganze ist wirklich echt heftig eskaliert. Und wenn ihr auch mal ein 1 gegen 1 gegen mich machen möchtet, dann schaut das mal im Discord-Server, das ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und wenn euch Sammelgeist-Videos gefallen sollten, lasst jetzt schon mal gerne ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal. Wir sind auf Road zu den 10.000 hier auf YouTube, das ist wirklich geistkrank. Nur noch eine Info vorne hinweg, in diesem Video wird auf jeden Fall nicht allzu viel Commentary sein, weil ich ja selber reinschwitzen musste, um jetzt Wonder Woman zu gewinnen. Deswegen, ich muss es den Zuschauern auch zeigen, wer der Krasse ist, kapi? Und dann würde ich sagen, rede ich gar nicht mehr so viel rum, wir springen direkt ins Video rein, let's go. So, okay, erste Runde auf jeden Fall gegen den ersten Zuschauer, und zwar wird es hier ShiroPG sein. Wir werden auf jeden Fall immer die ganze Zeit ein Best of Three machen, das heißt, der erste, der zwei Runden gewinnt, hat auch hier das Wonder Woman gewonnen. Sehr nice, dass ich da noch rübergekommen bin. So einer ist es auf jeden Fall. Merk's schon, Junge, ich merk's schon. Shiro ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Meine Taktik wird sein, einfach ein bisschen schlau zu spielen, abzuwarten, und zu warten, dass der hier Fehler machen wird. Okay, ich hab mal kurz durchgepackt. Oh mein Gott, Junge. Wie knapp war das, Mann. Ich seh schon, ich seh schon. Okay, schafft das noch? Ja, schafft's doch, ne? Ja, okay. Stabil, stabil. Ja, da haben wir gleich einen Gedanken gehabt gerade. Da geht er direkt drüber. Ah, unlucky. Digger, ich schaff den Save-Trick nicht. What the fuck, Mann. Egal, 1-0 für Shiro. GG's. Okay, zweite Runde auf jeden Fall ist hier. Die erste Runde hat auf jeden Fall Shiro schon mal gewonnen. GG's, Alter. Let's go, Mann. Okay, nächste Runde jetzt hier. Jetzt bin ich gespannt. Junge, er geht halt die ganze Zeit auf Kicks, ne? Er geht die ganze Zeit auf Kicks. Und ich muss hier versuchen, einfach ein bisschen schlauer zu spielen. Ist er raus? Ja, er ist raus. Oh mein Gott, Digga. Wie unlucky ist er gestorben, Mann. Wie unlucky ist er gestorben. Egal, 1-1. Jetzt kommt der Matchpoint. So, okay, die dritte Runde. Jetzt ist Matchpoint, Junge. Jetzt ist Matchpoint, die Runde entscheidet, wer hier die Runde gewinnt. Also auf jeden Fall krass aggressiver Spieler, ne? Das wird man schon heftig. Man wird schon heftig, dass es ein aggressiver Spieler ist. Schade. Hatte gerade Delay beim Schlagen. Perfekt. Oh. Sehr schön, Alter. Sehr, sehr schön. Bist du gerade auf dem Klo? Machst du mal eine Wunde gegen mich, oder was? Ja, Digga. Ich habe fetten Durchfall. Ja, Digga. What the fuck? Ja, Digga. Ich war die ganze Zeit am Waden. Digga, what the fuck, Mann. Okay. Alles gut. Wir machen uns besser auf Flie. Ah, unlucky. Aber Junge. Ey, Digga. Ah, aha. Ah, es ist richtig. Der Score, Junge. Tschüss, Alter. Nice, Mann. 1 zu 0, Bro. Wenn ich jetzt gewinne, Digga, dann habe ich gewonnen. Bisschen ruhiger Spieler auf jeden Fall. Bei Shiro ist schon 5er gemotet worden an der Zeit, Digga. Du bist gerade der Zweite gegen dich, wo eine Wunder. Er steht nicht auf, Digga. Bro, perfekt. Er steht einfach nicht auf. What the fuck, Mann. So, jetzt Matchpoint, Junge. Sale gegen mich, Alter. Iron entscheidet jetzt, wer gewinnt. Aha, aha. Zäune bist du. Alter, holy shit, Mann. Ich hätte einfach jetzt verkackt, Digga. So, der dritte Zuschauer wird auf jeden Fall jetzt Light-PG sein. Auch ein sehr guter Spieler. Jetzt bin ich mal gespannt, Digga, wie die Runden hier verlaufen werden, Alter. Du kannst auch superpunchen, oder? Ja. Ja, nice, Digga. Du musst halt auf den perfekten, ähm, Zeitpunkt abwarten. Bist du dort? Oh. Jetzt aber, oder? Ja, Mann, okay, let's go, Digga. 1 zu 0 für mich, Junge. GG, schau mal. So, Matchpoint für mich. Wenn ich jetzt gewinnen sollte, habe ich auf jeden Fall das Wunder 1 gewonnen. Aber Light kann natürlich auch hier wieder comebacken. Das ist ja ganz klar. Bin mal gespannt, was in der Runde hier passieren wird, Alter. Es ist immer so behindert. Oh, Junge, let's go, Mann. Nimmst du das gerade für TikTok auf? YouTube, ich mache ein YouTube-Video. Aha, aha. Nein. Oh, Unlucky, Alter. Matchpoint jetzt für mich und auch für Clappy. Kommt das drauf an, wer hier die Runde gewinnt, Alter. Es wäre jetzt so lustig, wenn die Bots gewinnt. Ja, was zählt er denn nicht? Also random ist das. Stimmt, sind wir SP-2-Win, weil ich kann einfach in den Court kommen. Ach, Digga. Ja, ich habe gewonnen. Ja, Mann, ich habe reingekackt, Digga. GGs, Junge. Ich habe gerade auf jeden Fall schon mein erstes Wunder 1 verloren von 4, weil ich einfach gerade zweimal richtig reingejokt habe. Aber lass dich nicht stören von den ganzen Bots hier, ne? Wir machen einfach trotzdem Wunder 1. Also der erste von uns, der halt rausfliegt, der hat schon verloren dann. Die Bots fliegen eh nach und nach raus. Die sind ja eh schlecht. Ich hoffe, dass das Wunder 1 auf jeden Fall nicht so schlecht wird, wie das andere. Oh, du bist schon packt, Digga, ja. GG ist, Mann. 1 zu 0 schon mal. Digga, Chompack ist immer reudig. Matchpoint für mich, wenn ich die Runde jetzt gewinne, habe ich schon direkt gewonnen. Ja, Mann, wichtig, Alter. Digga, es war knapp, Mann. Gut gespielt. Danke, Mann, du auch. Okay, willst du noch irgendwas sagen, Bro? Oder so? Äh, also ich wollte doch mal sagen, ich wollte doch für alle PG. Falls es gerade so viel zu packt. Paul Express, Ehrenmann und Dankeschön für das 1 ging. Junge, ich danke dir doch auch, dass du mitgemacht hast. Okay, Bruder, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen angenehmen Abend, gell? Danke, Mann, ciao, ciao. Okay, Junge, let's go, Mann. Blue auf jeden Fall, äh, guter Spieler. Jetzt bin ich mal gespannt, Digga, wer hier gewinnt, Alter. Einer der geilsten Skins, die neu rausgekommen sind. Und, äh, für dich nochmal, der erste der zwei Wins hat von uns, der hat gewonnen, ne? Tschüss, Digga. Hahaha, Digga. Okay, GG's, Junge. GG's. Okay, Junge, let's go, das ist auf jeden Fall 1 zu 0 schonmal. Ich will doch das spielen. Aber wenn ich onstream bin, dann können wir auf jeden Fall immer. Auf jeden Fall mal viele Leute, die halt zocken. Oh, mein Gott, Digga. Oh mein Gott, das hat mich 2 zu 0 genommen. Junge, GG's, Bro. Das ist so peinlich, jetzt 2 zu 0 verlieren, ne? Digga, fühle ich, aber fühle ich. Ich habe vorhin auch 2 zu 0 verloren, Digga. Der erste, was halt von uns rausfliegt, ist halt der Verlierer, wenn du Bescheid wirst. Mhm. Oh, hart, was ist der Skin? Junge, der Skin ist mein Main-Skin, als ich fühle ihn so hart. Ich habe einen 90er-Pink gerade einfach. GG, Mann. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Okay, Junge. Hm? 100%-Pin. Hä, hattest du gerade wegs, oder? Okay, Junge. Mutter und ich im Matchpoint. Jetzt kommt es drauf an, wer hätte es von der 1 gewinnt. Oh mein Gott. Ach nee, so unlucky, Mann. Digga, wie hättest du mich noch getroffen, Alter? Egal, GG's, Mann. Hä, ich habe gewonnen? Ja. Let's go, der Profi. Ja. Digga, ich habe runtergezogen. Ach so, du bist runtergezogen. Oh mein Gott, Digga. Wie kann man so lucky sein, Mann? Egal, ich hatte Jump-Up-Budor-Winterlektionen. Boah, Digga, unlucky. Egal, Junge, GG's, Mann. GG. Okay, Mutter, willst du mir irgendwas sagen, Bro? Oder nicht? Ähm, hat gebockt. So, Freunde, das soll es mein Video gewesen sein. Wenn das Video gefallen hat, lass wie gesagt nochmal gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im neuesten Video wieder. Bis dann, haut da rein. Ciao, ciao. 2 3 2 3 4 Vielen Dank.